einen wunderschönen guten abend euch allen zusammen da bin ich dann heute wieder nachdem dass das letzte mal ja nicht so sehr mitspielen wollte gestern versuchen wir das heute noch mal es ist stabiler als gestern auf jeden fall aber auch nicht 100 prozent so wie sein sollte aber besser als gestern deswegen kann ich damit wenigstens ein bisschen mehr arbeiten deswegen machen wir heute weiter haben ja immer noch ein bisschen in diesem spiel zu tun deswegen machen wir auch einfach weiter und schauen mal was das sonst noch so wird da fällt mir gerade noch auf wahrscheinlich war das schon letzte mal da wir haben noch einen neuen skin dann auch vom letzten boss kampf na ja 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 sind ein warbiker dann gehen wir mal in die entlegenen pfade erst invertiert und dann schauen wir mal was das gimmick hier ist wenn man das schon so auf dem ladescreen sieht ich weiß nicht ob mir das gefallen soll oder nicht zeigt doch mal also er ist so aussieht wie film und so ne ich mag sowas ja jetzt schon gar nicht und der sound auch und so es fühlt sich auch leicht schneller an kann ja schon nur grausam werden das genau das was wir brauchen na komm hier ja es ist du hörst dass den tnt ist halt auch total an dass es schneller ist so unnötig oh verdammt naja machen wir das mal die frage ist halt warum warum ist das nötig oh meat mit mits mits jetzt habe ich gemacht hey flammi schön guten abend hier war das wofür habe ich die trophäe jetzt bekommen erschrecke die versteckte katze ich habe keine katze gesehen sehr gut ich habe zwar keine katze gesehen aber von mir aus dann mal weiter ich bin echt kein freund von diesem filter der hier gerade darauf liegt und dass das sogar leicht schneller ist so nötig verdammt ich bin auch in den gegner reingesprungen sehr gut dann auch in den bonus doch wunderschön dass ich ja gerade die eine phasen verschobene kiste fast gar nicht sehen konnte dann ist doch noch eine davon dann springen wir halt nicht zweimal von mir aus das ist gar nicht mal so schlau dass ich die ganzen kisten kaputt machen fällt mir gerade mal auf das sollte ich vielleicht erst mal noch lassen gegeben dass ich da noch mal zurück muss wie sollte ich wahrscheinlich auch noch da lassen aber das sollte so trotzdem noch gehen woops fuck auch immer noch der größte wurscht dass du schon zerquetscht wirst nur weil die kiste dich leicht von über dir berührt wenn sie sich nach unten bewegt auch wenn sie noch gar nicht quetsch okay das war meine schuld ja 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 234 dann hier nochmal rüber und so so und die paar Bären mitgenommen okay sehr schön oder ist Akano auch schon wieder weg Lani Loli ist nicht Akano, Akano sieht anders aus und macht anderen Kram wenn denn einfach jetzt jede Maske Akano war, weil Namen merken ist schwierig oh so so was ich die erst so einsammeln dann machen wir so und so ist da oben noch was nein hoch auch nicht ganz so gelaufen wie ich das eigentlich geplant habe das ist ja schön ich bin eigentlich meiner Meinung nach früh genug gesprungen aber hey dann halt eben nicht jetzt ist natürlich auch richtig schön Bullshit ne schön mit dem hellen Hintergrund und den Phasenwechsel mit Kisten die du dann eigentlich gar nicht siehst ne auch wenn das hier jetzt noch nicht Problem war weil das doch nur die Gegner waren aber trotzdem ist es halt nicht ne warum ne 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 so früh gesprungen verdammt fehlen immer noch drei kisten sehr gut aber wir haben schon mal den verborgenen und manches jetzt glaube ich einfach noch einmal für die wenigen tode und die kisten suchen wir es in der normalen version wo das nicht so furchtbar aussieht habe ich doch bestimmt schon auch vergessen wie ich mich kenne sehr guter anfang also lass uns das mal eben direkt noch mal neu starten ich glaube das ist keine verkehrte idee okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und weiter Das war nicht richtig, verdammt Jetzt nicht nochmal sterben, sonst muss ich nochmal alles von vorne machen Okay Dann mal auf in die normale Variante wieder Gut, dass die Welt nur vier Level hat, weil dann müssen wir uns diesen Filter nur vier Level lang antun Und... No didn't Nein Vielen Dank. So sieht das doch schon wieder viel schicker aus, ne? Boop, 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 boop. Boop, boop, boop. Vielleicht finden wir ja die Kisten jetzt alle. Vielleicht auch nicht. Aber vielleicht doch. Hier war ja immer noch nichts. Nope. und es klingt auch wieder viel schöner na guck mal die habe ich definitiv nie mit die warte ihr müsst schon noch explodieren so ein dämlicher erfolg einfach random eine mülltonne drehen und weil eine katze drin versteckt ist was auch immer und weiter so das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Okay, geht noch. Das war auch wieder sehr schön nicht schön geteilt. So, 100 Kisten vor dem Bonus. Ich war noch lange nicht zerquetscht, ne? Aber, ach ja. Was weiß ich schon, ne? Was weiß ich schon über das zerquetscht werden? Oh, whoops. Oh! 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 Wait, genau, ich muss die Kiste noch aktivieren. Die war gerade Phasen gewechselt. Ist ja schön. Ist noch hier brav drüber und dann fertig mit dem Bonus. Na, warten wir nochmal ein Cycle. Naja. Oh, diesmal habe ich auch mal den versteckten Edelstein gefunden, wa? So versteckt war der ja gar nicht. Sehr gut. Der lag ja fast direkt vor meiner Nase. Oh mein Gott, ich bin an dem Hintergrund hängen geblieben. Ist ja wohl nicht dein Ernst. Ach ja, ach ja. Na, ich bin ein Affiliate. Oh mein Gott, ich bin hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. und sagen magst du dich nicht mehr bewegen magst du lieber nur noch um meckern 149 die goldene wumpa kiste da unten habe ich auch definitiv eben nicht mitgenommen also ich erinnere mich nicht daran dann wüsste ich wo die drei kisten sind die mir eben in der alternativen variante noch gefehlt haben sehr gut machen wir erst die time teils und holen uns dann die kisten in der anderen variante na ich glaube das ist ein plan schauen wir mal wie der time trial in diesem level wird wird schon schief gehen hat er gerade zweimal getrötet das war ja dreist machen wir erst noch mal tatsächlich ich bin noch in den gegner gesprungen ist ja wohl nicht wahr das level hat zu viele löcher über die ich darüber springen muss und da wie sondern der Oh, whoops. Ich bin einfach an ihm vorbeigerutscht, wow. Ich wusste gar nicht, dass ich das darf. Schön, dass die Timer für die Dinger hier wenigstens auch nicht weiterlaufen, ne? Wobei, hätte man auch so machen können, dass die schneller spucken, ne? Oh, warte, ich kann die töten. Oh. Das ist gut zu wissen. Na, die Piste wollte ich eigentlich auch noch mitnehmen, ne? Oh. Die Maske, die bringt ja auch so gut wie fast gar nichts im Level, die volle Unverwundbarkeit, ne? Ein bisschen war es klar, aber viel war das jetzt nicht. Oh, god. Oh. Saved. Jeder hat so noch geholfen, dass ich einfach durch die Kiste durchbrechen konnte, ne? Aber... Hey, noch zwei Schienensegmente, wo das auch eigentlich total egal ist. Wobei es Autoscroller sind. Hätte man auch weglassen können, ne? Ja. Haha. Sehr gut. Die Unverwarnbarkeit war ja auch noch sehr interessant. Was haben wir denn? Ah, da haben wir schon Platin, sehr schön. Sehr gut, das war jetzt einfacher als erwartet. Würde ich jetzt mal sagen. Das ging schnell. Und da ich ja jetzt weiß, wo die ganzen Kisten sind, können wir mal nochmal schnell hier hin. Geben wir hier nochmal für die Kisten durch. Und verpasse hoffentlich keine durch diesen schönen Screenfilter. Ah ja, und Audiofilter ja auch. Wobei, durch den Ton verpasse ich ja nichts, ne? Das wäre seltsam. Uups. Lass uns das nochmal machen. Wenn wir das schon machen, dann können wir wenigstens auch ein bisschen länger versuchen, nicht zu sterben, ne? Vielleicht habe ich ja Glück und schaffe es dann sogar ganz ohne Tode. Unwahrscheinlich, aber hey. Ein Versuch ist es wert, ne? Wenn wir eh schon dabei sind. Und... falsche Seite. Ba-du-bu-bu-bu-bu-bu-m. Fuck. Keine Nahe, die. Ich sage, ihr müsst da auch noch mitkommen. Miau. Sehr schön. Ich sage, ihr müsst da auch mitkommen. Halt, du kommst auch noch mit. Sehr schön. Da haben wir auch bis jetzt alle Kisten, die ich haben wollen würde. Das war auch wunderbar gespielt. Ich habe die Knöpfe in der Reihenfolge gedrückt, in der ich sie drücken wollte. Na, ich muss ja eigentlich nochmal zurück. Und du lebst ja noch Kiste. Sehr schön. Und... Das müsste auch immer noch passen. So. Dann haben wir jetzt noch die Schienen, ne? Muss ich an der einen Stelle, an der Kurve gleich dran denken, dass ich da einmal runter muss am Anfang, ne? Wir sind noch gar nicht so weit. Muss ich trotzdem gleich noch dran denken, ne? Mekka, meka, meka. Ich wäre fast noch wieder in den Gegner reingesprungen. Mekka, meka. Mekka, meka. Okay. Ich habe eben vor der ersten Schiene nicht drauf geachtet, wie viele Kisten ich da hatte und hier auch nicht. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass ich immer noch alles habe. Sehr schön. Oh. Okay. Nichts passiert. Ich dachte gerade, ich sterbe jetzt noch. Wobei, wäre ja nicht so schlimm, ne? Wäre ja nicht so schlimm gewesen. Dann hätten wir... Ich wusste ja, dass ich dann alle Kisten habe, ne? Hätten wir den letzten Abschnitt halt noch mal gemacht. Du, 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 du. Und all dem Quatsch. Mal schauen, was das so wie ist. Zeit für den Frühjahrsbrunst. Zeit für den Frühjahrsbrunst. Nee. Aber trotzdem. Meine. Böse. Geht der wie 그렇죠? Tja. Idioten. Tja. Te schnapp ej. Nein,해야 vi 이건oter. Man mires wenn Kız. Gute. Gen environment. I. ok sehr schön ja jetzt brennen sie alle da drüben war noch was ja hier war mal der nomade versteckte edelstein ja 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 ich erinnere mich oh na 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 das ist doch total unhöflich oh hoch das war fast ein bisschen zu knapp verdammt warte das war voll dumm bekomme ich doch ein tt hier irgendwo in der nähe nee das ist ein bisschen unpraktisch ja verdammt habe ich nicht aufgepasst immer noch nanana na na Wirklich, du hast mich noch erwischt? Wow, dreist. Dreist ist er. Da, nimm das. Sehr gut. Da habe ich nicht hingezielt. Ne, da auch nicht. Schon besser. Sagen, du musst trotzdem auch noch mit, ne? Scheint nicht zu sein. Hoffentlich. Naja, das glaube ich ja auch nicht. Sehr gut. Ne, ich kann nicht mal, ich kann nicht mal davon wegspringen. Lass das mal, das ist doch gefährlich. Sehr gut. Oh, okay. Ich konnte kurz noch hauern, aber dann bin ich gestorben. Vielleicht sterben wir jetzt nicht nochmal, dann könnte ich den Todesedelstein immer noch bekommen, ne? Das wäre sehr schön. Höse. Okay. 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 Na, komm, komm wieder her. Okay. Bye. Das war ein bisschen knapp. Okay, da waren nur ein paar Kisten. Oh Gott. Na, komm, dropp deine schöne Kiste daneben. Okay. Was alles so stressig hier. Habe ich das Ding schon erwischt? Ja, sehr gut. Okay. Machen wir das Ding halt nicht kaputt. Warte, ich brauche die TNT-Kiste von dir aber noch, ne? Blödes Vliesband. Oh, Stress. Ja, das reicht doch bestimmt nicht, ne? Nicht mal ansatzweise. Wo habe ich denn so viele Kisten wieder verpasst? Oh, das ist ja grausam. Naja. Ist ja furchtbar. Schauen wir doch nochmal in der normalen Variante, ob ich die vielleicht finde. Wunderschön. Auch wunderschön. Na, dann schauen wir mal. Die müssen sich ja finden lassen, so viele wie das sind, ne? Wäre gelacht, wenn ich. Oder wir schauen uns erst nochmal die Cutscene an. Oh, Weihach, ich verhungere. Warte, wie ist das? Unfallpastete? Schnecken tausendfüßer Gambo? Fledermaus-Tacos mit Katamole? Hä? Sieh an, was haben wir denn da? Sollt ihr den fiesen Fraß nach in dem Papa-Bett fiel denn seinem Schub kochen? Na, kommt jetzt zu Dingo-Steiner. Pfft. Speisen von Dingo-Steiner sind vielleicht nicht unbedingt essbar. Verzehr auf eigene Gefahr. Zu den Nebenwirkungen von Dingos Speisen gehören Müdigkeit, Körpergeruch, waghalsiges Verhalten, zwanghaftes an den Onkel denken, gesteigertes Hungergefühl, vermitteltes Hungergefühl, Entfremdung von Freunden und Familie, Juckreiz, lange Beile, tropfende Körperöffnungen, triefende Körperöffnungen, leuchtende Körperöffnungen, extra Körperöffnungen, blämmen, Bumpabacken, an die Jugendliebe denken, was ihr wohl macht, ob sie gönig ist, und heftiges Reier. Fledermäuse verboten. Pfft. Die Uhr hängt ja auch an einer schönen Stelle, ne? Zeit für den Frühjahrsputz. Putz. Auf eine TNT-Kiste springen, sehe vielleicht aus wie ein Putteltanz. ein bisschen. Nee, eigentlich nicht, aber das ist ja unwichtig. Das ist ja schön. Überraschung. Armer Dingo. Verliert immer wieder und wieder und wieder sein Restaurant hier. Weil ich das Level mehrmals spielen muss. Baden-Budu. Baden-Budu. Wie schön, dass der Baum hier auch genauso steht, dass du den Edelsteinen nicht sehen kannst da hinten. Sehr gut. Alles raffiniert ausgedacht. Oh, mit den Steppen habe ich alles selbst gedäht. Boom, boom. Ba-dü-dü-dü-dü. Boom. Steppen, den Edelsteinen brauche ich zwar nicht mehr, aber hey. Lasst euch. Hier ist auch sonst nichts, ne? Nee. Sagen, dich soll dich vielleicht nicht töten. Habe ich erst mit der TNT-Kiste davor getroffen? Wow. Das war nur Holz. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Sehr schön. Sieht nicht so aus, ob ich da hoch könnte. Daneben. Selbst wenn da keine Kiste gewesen wäre. Die hatte ich eben definitiv nicht, ne? Das wollte ich nicht, ne? Ah, guck mal, in Dialog kann ich mich sogar, oder an das kurze Gedöns, was er sagt. Kann ich mich sogar noch erinnern. Jetzt, wo ich es wieder gehört habe. Aber das waren nicht so viele Kisten, die mir noch gefehlt haben, ne? Sorry. da war dieser sehr sehr schnell raus wollte mit den gegner jetzt gerade schon mit erwischt ja sehr gut sehr gut ich kann auch einfach hier lang gehen blöde lampe lockt mir diesmal die wand was eine dreistigkeit oh mein gott dahinter ist auch nichts sieht nicht so aus sehr gut gemacht gib mir deine kiste sehr schön oh mein gott danke schön schlechte was habe ich denn jetzt schon wieder getan was ich das letzte mal nicht getan habe schlechte zeichen mach ein paar zielübungen ok das letzte mal nicht alle diese wand dinge zerstört ja wo kisten drauf standen habe ich das in der invertierten variante auch nicht gemacht oder zählt das da einfach nur nicht so viele fragen so wenig antworten kaputt da hinten ist nichts oh ne dreht er die kamera sogar hin dann hätte ich das schon vorher gesehen das ist ich habe mich mehr kisten aber da fehlen halt immer noch weil wir sind ja hier noch nicht fertig oh ne oh ne diesmal habe ich tatsächlich alle wow nice und ich bin nicht mal gestorben noch noch schöner sehr gut tadaaa nice also waren das doch nur die kisten die da eben gefehlt hatten ja und hatte ich den das letzte mal nicht bekommen weil ich da bestimmt eine dieser zielübungsdinger verpasst habe ist ich ich bin in 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 zu zu da w ja Stimmt, nichts töten, was wir nicht töten müssen. Das ist ja schön. Machen wir mal schnell so, ne? Das könnte ich zwar unverwundbar sein, aber das passt schon. Machen wir trotzdem erstmal weiter, ne? Das ist ja schön. Ups. Ups. Sehr gut. Springen wir einfach in den Gegner rein. Ah, okay. Verdammt. Am Ende noch gestorben. Sehr gut. Das war langsam. Ich glaube, da komme ich drüber. Aber ich muss vorher springen. Also ich darf nicht einfach weiter nach vorne halten und versuchen drüber zu hovern. Ach, ich komme wohl drüber. Ich bin froh. Jals. Hallo. Okay. Okay. Sehr gut gemacht. Erst die Kisten nicht getroffen und dann ins Wasser gefallen. Das sieht auch wunderschön aus. Der Gegner ist irgendwie nicht da, ne? Und die Kiste, die TNT-Kiste skippt nur durch die Luft und hier auch. Wow. Gutes Spiel. Was ein Unsinn. Das war auch nicht so schlow. Jetzt bin ich wieder nicht unverwundbar. Ja, die Gegner haben wir keine Lust, gerade richtig zu spawnen, ne? Noch einer. Hey, immer sind die TNT-Kisten da, nicht wahr? Oh. die wollte ich eigentlich behalten nicht dafür aber ja machen wir das noch mal kurz so schön wenigstens sind unsere tollen doofen gegner wieder da nicht alle oh wow Es ist auch schön, dass wir am Anfang immer so viele Zeitkisten bekommen, dass wir hier einfach bis hierhin den Timer einfach die ganze Zeit angehalten haben. Du-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ach. Sehr schön. ich kann als dingo da gar nicht unverwundbar werden war aber das ist ja uncool trotzdem gerade von dem nitros keinen schaden genommen aber das passiert ja auch manchmal mit anderen charakteren weil dieses spiel sachen macht sagen bevor ihr mir wieder weh tut machen wir das einfach so nicht eigentlich einfach so ich habe ein nein nicht mal mit masken wow wie der typ auch in der katze noch weiter schießen auch mal dreist ja so unverwundbarkeit muss ich mir dann hier keine gedanken machen das heißt masken für eine maske verlieren ist definitiv schon mal mindestens okay das heißt wir können theoretisch einfach mal so machen und so sehr schön weg mit dir das wollte ich nicht nähe und das auch nicht das war zu früh nach rechts woop noch mal bitte und so und so Dann sehe ich schon wieder eine der Kisten einfach nur rumskippen. Oh, ist der Weg. Hier komme ich. Wie ist der jetzt gestorben? Uh, okay. Das passt auch. Verdammt. Das war zu weit. Okay. Ja, ich wollte sagen, dadurch, dass ich so langsam war, war der schon so weit an der Kiste dran, ne? Auch schon wieder, ne? Schrecklich, das sollte ich eigentlich hier schon fertig haben. So schwer ist das ja eigentlich nicht. Ich mache nur viel zu viel Unsinn. Oh, beide Gegner sind mal wieder da. Süß. Sehr gut. Dann nicht zu nah an denen vorbei. Oh, das war knapp. Das ist das eine Mal, wo ich mal nicht einen Gegner unbedingt dran locken will. Halber die Kiste total schräg geworfen. Und cool. Verdammt. Ah, noch in Ordnung. Noch habe ich eine Maske. Noch ist alles gut. Und cool. Und gut. Надо sein. Und gut. Und gut. Und gut. Oh, das war knapp. Sind sehr stark Schlangenlinien geflogen, ne? Bin einfach dadurch gedamaged, boostet. Sehr gut. Und? Platin. Oh. Nicht nur Platin, sondern Deathzeit. Uh. Uh. Nice. Das war gar nicht der Plan, aber nehme ich natürlich, ne? Uh. So, aber ganz simp... Sind wir ja noch nicht fertig mit dem Level. Wir haben nochmal die invertierte Variante. Zumindest für die Kisten. Da ich ja jetzt wieder weiß, wo die Kisten, die ich verpasst habe, sind. Hoffen wir mal, dass ich jetzt da nicht irgendwo anders welche verpasse, ne? Ich sag jetzt nicht anfangen, einfach an allem vorbeizulaufen, ne? Nur wenn wir da gerade Timetrials gemacht haben. Das wäre nicht so gut. Na, 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 na. Warte, dann, die komme ich ja auch mit meinem Sauger dran. Na, na, na. Na, na. Idioten. Ich schnappe jeden Einzelnen von euch. Hey. Gut da. sehr gut fuck sehr schön okay die Kisten wieder brav mitgenommen natürlich hoffentlich hoffentlich sehe ich die Stelle jetzt auch wieder wo ich die eben verpasst habe und lauft da nicht gleich einfach dran vorbei das wäre sehr doof gerade mit diesem Kamerafilter könnte das ja doch ganz schnell passieren wie habe ich das Gefühl ich habe die Stelle sogar schon wieder verpasst das habe ich auf jeden Fall die Kiste da nicht erwischt kommen hier war doch noch erwischt sehr gut warte ich kann ich auch einfach selber machen oh Gott okay schrecklich ich bin mir nicht sicher ob ich an ich habe das Gefühl ich bin an der Stelle schon wieder vorbei ne nee doch nicht da ist sie kein versteckter Edelstein für mich oh 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 wäre auch zu schön gewesen wenn er einfach hier ist ne äh wo ich wollte gerade sagen wo gehe ich überhaupt hin nicht da hin nee oh okay kein Hover für mich das solltet ihr alle in die Luft jagen na wirklich das hat mich in die Luft gejagt das ist ja uncool sehe ich nicht so kommen wir daher so warte so oder auch nicht oder auch nicht ja so schon besser wo ist so ist so 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 machen wir das einfach wieder so das angenehme geh du mal weg dann ihr paar kisten da hinten wieder natürlich treffe ich erstmal für die wand na sehr gut genau ihr noch dann deine kiste natürlich mit dann hier war er ja auch nicht gewesen denn auch ach komm schon treff das ding ist doch so groß so schön na komm her hier ist auch nichts ne das sieht so aus als ob es passen können ich wollte gerade sagen jetzt habe ich eine kiste verpasst aber nein die steht hier machen wir doch keine angst die haben zwar den versteckten edelstein immer noch nicht aber das ist auch okay keine ahnung wo der sein soll deswegen machen wir erstmal weiter ja was haben wir denn als nächstes das sumpfige vergnügen als das spielen wir das diesmal erst in der normalen variante ich brauche ihn auch kisten und so dann suchen wir die eher so ich glaube das ist angenehmer als da mehrmals durch die invertierte variante durchrennen zu müssen wegen den kisten denke ich mir zumindest das ist das level hier ja auch einen schönen Platz, ne? Am Anfang habe ich sonst nichts verpasst, ne? Ich bin nicht mal ansatzweise in die Nähe davon gesprungen. Spiel, please. Hör auf, böse zu sein. So dreist. So dreist. So dreist. Dann einfach nochmal. Ich habe vergessen, dass das Spiel, was das angeht, ja doch ein bisschen aggressiver ist, ne? Oh. warum kann ich hier oben stehen kann ich da drüben auch stehen nein da natürlich wieder nicht mehr nein Wow, wirklich Wirklich Lass uns das direkt einfach nochmal machen Wegen den drei Toten oder weniger Das ist ja albern Das ist ja albern Versuchen wir das nochmal Den Anfang da mal ohne einmal zu sterben Zu machen Ach Da hat jemand was hingemalt Ein Edelstein Hinweis Das ist mir eben gar nicht aufgefallen Uuuuh 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 Nice Das ist ja praktisch Das wollte ich noch gar nicht Oh Gut geteilt Oh, die eine Kiste war eh noch nicht wieder Das heißt, ich muss es eh nochmal machen Das war wieder schlecht geteilt Hey Becky Schönen guten Abend Ja komm, verschwind du da hinten auch mal noch Okay So, jetzt aber Sehr gut Oh, da ist Ah Dieses Spiel schon wieder, ne Oh Das Spiel macht mich fertig Spiel macht mich fertig Es ist zumindest lieber als gestern Lieb genug, damit ich das hier heute wieder machen kann Es könnte zwar noch schöner sein, aber Ja ist Voll gut, ne Habe ich hier aus einem der letzten Level bekommen Warte, das ist auch schon wieder unklug Ja, aus dem vorletzten Level, ne Ja, genau Da habe ich den Heer Okay Ich habe gerade kurz bevor du gekommen bist habe ich einen neuen farbigen Edelstein gefunden Fehlt mir nur noch einer Und ich habe tatsächlich in dem Level hier vor einfach mal die Deathzeit geschlagen Okay Einfach mal so Ohne dass ich wusste, was die überhaupt ist Okay, ihr seid nur normale Kisten War das Level, wo ich nur mit Dingodile spielen kann Da war Kann man halt anscheinend nicht so viel Unsinn machen Dass man da so viel schneller sein kann Deswegen habe ich das einfach mal so gemacht Da oben ist nichts Okay Wo ist das Tape? Ich darf Ich darf immer noch nicht sterben Will ich auch nicht, aber Ja Okay Okay, dann halt noch nicht Ich habe Angst Ich habe zwar noch eine Maske, aber ich habe trotzdem Angst Ich bin einfach über die Kiste drüber gesprungen Sehr gut Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen Kisten sind hier nicht Doch da hängt eine direkt vor meiner Nase pf Ja 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 Okay. Hi. Hi Speise. Bootmobil. Das hier ist auch, ich merke, hier sehe ich jetzt schon wieder eine super Stelle für den Time Trial dann gleich, ne? Yay, warten. Hmm. 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 Oh, da ist das Tape, sehr gut. Haben wir das auch schon mal, sehr schön. Wie, oh, super. Schon in der Kiste verpasst. Ach, so ein Bild. Kann ich bitte? Danke. Oh, okay. Machen wir das ganz gemütlich, ne? Uh. Uuh. Okay, hier kann ich wenigstens noch gegen anschwimmen, ne? Hi, Fake Crash. Oh, bye, Fake Crash. Okay. Mal schauen, ob das reicht. Nein. Sieben Kisten. Topaz Spaß. Na, immerhin das noch. Äh, dahin. Ja. Und nochmal. Ja. Jetzt die Frage, wo habe ich wieder sieben Kisten verpasst, ne? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich da, wo der versteckte Edelstein ist, ne? Wo ich auch nicht weiß, wo der ist. Ach. Alles grausam. Machen wir trotzdem einfach erstmal den Time Trial, würde ich sagen. Mal schauen. Oh. Cycle. Yay. Sag, wo ist das Seil? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dann nehmen wir die ganzen Zeit Kisten halt nicht mit. Wir sind eh öde. Oh. Oh. Sag ich ja. Alles öde. Oh. Die Maske auch. Oh. 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 Oh, okay. Okay, da oben war sonst nichts, glaube ich. Zumindest jetzt noch nicht. Oh, einfach übers Nitro drüber geschwommen, sehr gut. Oh mein Gott. Wir haben auch schon die ganze Bonus-Zeit, ne? Ich nicht. Also eigentlich schon, aber ja. Immerhin schon Gold. Ja, dann versuchen wir das doch einfach nochmal. Wenn das Spiel fertig geladen hat. Ja. 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 Der Geist ist schon so weit vorne, kommt zurück. Ups. Gar nicht drauf geachtet, was der gemacht hat, dass der da so schnell durchkam. Definitiv nicht das. Na so, der hat sich da einfach... Der ist einfach durch. Ich wollte sagen, ich möchte das Seil gerne benutzen. Ich hab doch X gedrückt, Mann. Kletter doch nicht das Seil weiter hoch. Was war das denn? Sehr gut. Lass mich das nochmal machen, jetzt sind die Cycle doch eh grausam. Jetzt war ich zu schnell am Anfang. Bevor ich die Uhr eingesammelt hab. Sehr gut. Ah, ein bisschen weit ausgeholt, aber hey. Okay. 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 Und das sah doch schon besser jetzt aus mit den Zeitkisten. Na gut. Der Platin-Geist macht den Fehler auch sehr schön. Verdammt. Wieso lohnt sich das natürlich nicht, das einzusammeln? Ach. Ist ja wohl nicht wahr. Ist ja nochmal ein schöner Bauchplätscher gelandet. Das ist echt besser. Würst weuentlich mehr so einzuwerden. West für giorno. InAAAAA. Und nochmal runter. Oh mein Gott. Ich wollte gar nicht rutschen. Oh. Oh, es ist okay. Wenn wir die Maske noch haben, können wir ja ruhig damit spusten. Habe ich noch eine Sekunde verpasst. Aber das sollte trotzdem passen. Oh. Guck mal. Noch ein Developer Relikt. Nice. Na dann. Sehr gut. Machen wir halt. Habe ich kein Problem. Voll gut. Das Slidespin mit dem Triple Boost, das bringt ja anscheinend doch mehr als erwartet. Dass das der Unsinn ist, von dem ich vorher noch keine Ahnung hatte. So, jetzt spielen wir das Level wieder in Grausam. Ja, guck mal. Gut, dass wir... Huch, verdammt. Wollte sagen, gut, dass wir die Stelle eben schon gefunden haben, ne? Dass ich die jetzt einfach ausprobieren konnte. Finde ich gut. Dann haben wir schon mal den invertierten, versteckten Edelstein. Okay. Aber der erste Tod muss trotzdem da nicht sein, ne? Ist halt immer noch die Frage, wo ist der normale Versteckte? Oh Gott, nein! Ich wollte doch nur weiter mich albern rumducken. Ach. Mist. Dann nochmal. Nach dem ewigen Ladescreen. Ist auch schön, dass das immer einfriert, dass der Kreisel sich nicht mal weiter dreht, ne? Auch so albern. Und das wohl stimmieren nicht mal. Aber wir wissen, wenn ich. Oh Gott, nein! Ich mache den Omin. Wie eавлив? Ich mache dich, Acts. Und die dringung. Oh Gott. Ja. Ich mache dich. Mother. 番rھی요. Oh, nicht okay. Ah, was mache ich denn? Was mache ich denn für ein Unsinn? Ah. Oh, nicht okay. Ich hab das Ding drauf gesprungen. Oh, das klingt ja grausam. Jetzt machen wir nochmal. Müssen wir nur ewig warten, dass ich die wieder aktivieren darf, ne? Das war ein bisschen sehr knapp. So, jetzt mach ich den Unsinn hier mal als erstes, wa? Bevor wir den Checkpoint einsammeln. Okay. Oh mein Gott, hör auf damit. Ich hab da nur ganz, ganz leicht dahin gedrückt. Hör auf, mir dauernd Panik zu machen. Das war nicht richtig, ne. Jetzt werd ich fast noch einfach ins Wasser gesprungen. Sehr gut. Ich weiß, was ich tue. Es war nicht das, was ich tun möchte. Ich will das TNT ja auch noch nicht mal zerstören, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir wollen dann rüber und dann so. Und das war auch nicht richtig. Plötzlich will er ganz vergessen, wie das Level funktioniert, wa? Wollen wir erst dran vorbei, damit ich das machen kann. Doppelsprung, hallo? Entschuldigung. Was ist denn jetzt gerade los? Guck, wir wissen doch genau, dass du das kannst. Crash. 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 Stell ist auch immer noch doof. Ich sollte die Wumparkiste auf dem Hinweg schon kaputt machen, ne? Machen wir das einfach so. Die brauche ich, um da rüber zu kommen, ja eh nicht. Können wir einfach so machen. Naja. Huch. So, dann weiter. Okay. Ach ja, ihr lasst die auch fallen. Und dann habe ich das gerade wieder sehr gut getimt, ne? Okay. Okay. Seh ich ja gar nicht so, dass ich da getroffen wurde. So weit rumdrehen wollte ich mich gar nicht. Na wenigstens da jetzt direkt alles zerstört, ne? Dann haben wir den Teil jetzt hier wieder. Das will auch. Oh Gott. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ja. Das war nicht richtig. Warum ist die eine Sprungkiste überhaupt da? Oh. Okay. 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 Oh, so kommt es auch noch mit. Oh. Jetzt wäre es schön zu wissen, wie viele Kisten ich eben hatte, na, hier. Oh. Oh. Oh, okay. Ich hab gerade erst über welche kurz drüber gefahren, ja. Ist doch übrigens schön, dass die Strömungen immer noch da sind, wo die Kisten mal gewesen sind, ne? Ne, diesmal fehlt eine weniger, aber immer noch sechs. Jetzt bin ich auch zu oft gestorben, ne? Ne, doch nicht. Dann haben wir das und das und die drei. Machen wir weiter. Machen wir mit dem nächsten Level einfach weiter. Oder jetzt halt erst mal mit dem Tape-Level dann, ne? Haben wir ja auch noch gefunden. Neuer Skin. Sind wir nicht mehr so bunt? Subjekt 272 unterstrich final unterstrich b. Sehr gut. Unterstrich unterstrich. Nioi. Wie haben wir denn hier? Mehr springende Kisten, jioi. Das heißt, ich werde gleich wieder zerquetscht, obwohl ich gar nicht zerquetscht wurde. Das habe ich wunderschön gemacht, ne? Sag ich ja auch. Jetzt haben wir den Dialog nicht gehört, weil ich direkt gestorben bin. Oder Monolog, ja, er. Kortex redet ja mit sich selbst, so gesehen. Oder wir reden auf jeden Fall nicht. Was auch immer. Sehr gut gemacht. Jetzt sagst du das natürlich auch nicht nochmal, ne? Nein. 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 Oh. Ah. 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 Das ist ja alles so unsympathisch mit den ganzen Kisten, die rumbouncen. Ein bisschen eine Sprungkiste. Keine Ahnung. Die ist halt da. Ich wollte sagen, geh bitte runter. Das ist wahrscheinlich so gedacht, nicht wahr? Deswegen sind die da. Deswegen war die erste auch da. Äh. Ich glaube, hierüber will ich noch gar nicht, ne? Will doch erst hier hin. Dann schauen wir doch mal. Irgendwas verpasst? Nein. Sehr gut. Tada. dann wird jetzt mal nicht getrödelt habe ich gehört zumindest so heißt das nächste level oder halt die alternative hiervon wo war ein bisschen dingodile auch haben wir auch schon tatsächlich alle kisten das ist ja praktisch aber glaube ich doch erst hier in die kisten finden wir dann auch so noch mal na sollte ich zumindest würde ich jetzt einfach mal stark von ausgehen und das mit den wenigen toten das machen wir dann auch noch irgendwie und die verborgenen edelsteine das wird schon ich weiß mal hier alles weggesaugt halt hier sind noch kisten dann machst du denn doch festhängen sehr gut vorsichtig machen wir die hier erst noch weg der kann ja ruhig schon mal erstmal weiterfahren wir wollen die kisten alle haben ich lasse mich die wand mal eben noch von hier zerstören die ist mir nicht ganz geheuer was war das für ein sprung der war ein bisschen kurz selbst für dingodiles verhältnisse war das kurz ja im timetrial dann springe ich hier gleich einfach an allem vorbei nicht wahr explodier halt direkt in meinem gesicht komm das hat gerade auch so schön funktioniert dankeschön stellt sich hier wieder an das ist ja gut das ist ja gut das ist ja gut Ach, gesunder. Warum sage ich selber gesunder? Ich meine, sorry. Ich weiß eh nicht, ob man das hört, weil ich weit genug vom Mikrofon wegniese, aber trotzdem. Oh, hi. Ich höre es zumindest nicht wirklich in meinen Kopfhörern, aber auch nur, weil der so für mich relativ laut ist. Ich brauche noch immer noch eine. Oh, einmal saugen, danke. Wow, wirklich. Das war jetzt auch unnötig. Hier noch irgendwas? Nein, okay. Ah. Uncool. Auch wenn es meine eigene Schuld war. Trotzdem uncool. Die Doppelsprünge hätte ich auch alle nicht später machen können, ne? Oh, komm schon. Ich war auch mit dem Dreher schon durch. Ich war auch mit dem Dreher schon. Ich war auch mit der Rache schon. Oh genau. Ich habe mit der Rache schon ungefähr einen Rache schon bis hin. Ich war schon über 20,000 Meter. Ich war auch mit der Rache schon. Oh, du warst die Rache schon. Ich bin richtig. Und das war mit der Rache schon. Ich bin, ich war eigentlich irgendwie kein Rache. Das war mit der Rache schon. Ich bin super. Ich bin super. Ich bin sehr nennen. Okay, ich sollte da auch wieder alle Kisten haben. Okay, dann wieder hier runter. Was ist die Strömung hier noch nicht stark genug? Das ist ja öde. Fuck. Na gut, wir sind zum Glück schon oft genug gestorben, dass ich jetzt auch nochmal sterben kann. Also alles gut, wir müssen das eh nochmal machen für die wenigen Tode. Einmal drum herum gefahren, sehr gut. Genau, was ich wollte. Das ist ja, was ich wollte. Nee, 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 dich nehmen wir noch mit. Gut, dass die auch nicht mehr schießen, ne? Lassen wir uns einfach ganz gemütlich betreiben. Wir haben ja noch Zeit, ne? Na, vielleicht solltest du dich eigentlich andersrum drehen, Crash, aber danke. Oh ne, komm, okay. Okay, ich schaff's hier gerade noch so zurück. Okay, das war jetzt dumm. Ich schaff's da gerade doch noch so zurück, aber... Ja. Ist hier in dem Wasser noch die Strömung von den alten Kisten? Oder ist hier auch albern? Ach. Hör auf. Hör auf. Ah, komm schon. Auch wunderbar, dass ich in die eine Nitro-Kiste gar nicht reinkomme. Oh. Langsam. Natürlich verpasse ich nicht über zwei Kisten. Natürlich. Hey, Virus. So, versuchen wir das doch einfach jetzt nochmal mit wenig Toten und vielleicht finden wir diesmal die beiden Kisten, die ich noch verpasst habe. So ein Quatsch. Oh Gott. Ja, jetzt fliege ich schon wieder noch in die Luft. Danke. Spiel. Okay, hier noch irgendwas verpasst. Sieht erst mal nicht so aus. Hoffentlich. Zwei Kisten sind halt wieder so furchtbar, ne? Dabei sollte ich wissen, wo die sind. So gut versteckt sein können die ja nicht, wenn ich sie schon mal eingesammelt habe. So first try mäßig, ne? So. 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 mir vollkommen recht. Wofür bist du eigentlich hier? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Da kann ich auch nicht rüber. Hier ist sonst auch nicht. Du kommst mal mit. Genau dafür. Dann lassen wir die Nitros hier dieses Mal in Ruhe. Machen wir einfach so. Ach. Die Stelle ist auch immer noch voll unsympathisch. Weil diese blöden Fließbänder sich ja dauernd auf die Nitros zu bewegen müssen. Ich hätte mal noch ausprobieren sollen, ob ich drumrum springen kann. Okay, nach unten hin komme ich eh nicht weg. Also eher nicht so. Okay. Und dann sind wir wieder hier. 500 Kisten, über 500 Kisten ist halt auch schon eigentlich grausam, ne? Ohne mir zu sagen, so Checkpoint mäßig, wie viele ich schon hab oder nicht. da oben ist immer noch nichts. Verdammt. Jetzt vorsichtig. Nicht noch öfter sterben. Ah, ich sollte damit aufhören. Mit dem Sterben. Jetzt das hier eine Sprungkiste ist, die eine, die ich jetzt wieder zerstört hab. Das ist halt echt nur für ein Time Trial wichtig, ne? Und ich bin tot. Fuck. Aber jetzt ist auch egal, ne? Verdammt. Hoffen wir einfach, dass wir alle Kisten haben. ansonsten, weil das hier auch wieder ein unnötiger Durchgang. Verdammt. Anstatt, dass ich einfach auf diesen doofen, auf dieses doofen Speiseboot warte, ne? Nee. Muss ich wieder rummachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist auch wieder ein bisschen knapp, ne? Fuck. Ah, ich komm dann sogar noch dran, aber dann war das Ding wieder nicht mehr da. Dadurch, dass wir jetzt eh oft genug gestorben sind, kann ich auch weiter rumalbern, ne? Oh, okay. Okay. Irgendwo noch Pisten, die eingesammelt werden möchten, sieht nicht so aus. So, dann... Slalom um die Kisten rumrum, genau. Das ist das, was ich wollte. Eindeutig. Verdammt. Äh, nee Crash, du sollst weiter nach unten. So. Oh Gott. Du weg, du weg. So. Okay, ich komm hier noch zurück. Ich hab' ich sogar zwei Kisten mehr verpasst, was? Äh. Ah, das ist doch albern. Ich wollte eigentlich nicht aus dem Level raus. Aber wenn wir grad schon aus dem Level rausgehen, dann können wir... ...jetzt auch mal eben für ne Pause nutzen, ne? Ja. Kann doch nicht angehen, dass ich jetzt noch mehr Kisten verpasst hab' als eben. Aber ja. Dann... ...würde ich sagen, machen wir, wie gesagt, kurz Pause und sehen uns dann in ein paar Minuten wieder, nicht wahr? Wo ist mein Mauscursor? Da. Da. Also, bis gleich. Okay. Da sind wir wieder. Dann... ...schauen wir doch mal weiter. Der sollte ja machbar sein, ne? Springen wir wieder rein. Ich will halt diesen doofen Edelstein für die Kisten haben, ne? Dadurch, dass ich den schon in der normalen Variante so hatte. Ich find' das nicht in Ordnung. Ich find' das nicht in Ordnung, dass ich den... ...dass ich hier jetzt die letzten paar Kisten nicht finde. Das ist schon besser. So, wo geht's zu meinem Leiter? Oh mein Gott. Ich hab' die vier Kisten vergessen. Oh. Ich glaub', die hab' ich das letzte Mal nicht wieder eingesaugt. Oh mein Gott. Oh. Ich bin so doof. Dann lass' mich einfach nochmal hier. Jetzt komm' ich da wahrscheinlich nicht mehr weg, aber das ist auch egal. Ich glaub', die hab' ich beim zweiten Mal vergessen. Und deswegen haben wir dann Kisten gefehlt, ja. Oh. Das sind nämlich vier. Ich hab' das Gefühl, die zwei, die ich das letzte Mal vergessen hab', war einer der... ...der TNT-Stapel auf dem... ...am Anfang von dem Crash-Abschnitt, ne? Könnte sehr gut sein. Aber das ist schon ein bisschen ärgerlich, ne? Das sind halt so doofe Sachen. Äh. Hier, das sind sogar fünf Kisten. Dann passt das ja auch nicht. Da muss ich ja zumindest eine davon mitgenommen haben, ne? Okay, jetzt. Dann... Dann never mine. Wobei, das hier sind... Nee, das sind auch fünf Kisten, ne? Ha. Ich dachte, ich hätte das Problem gelöst, aber anscheinend ja doch nicht. Mist. Sehr schön. Sagen muss ich... Ich muss auch... Da muss ich definitiv aufpassen. Machen wir euch mal noch kaputt. Nochmal schnell, um sicher zu gehen. Oh, stopp. Oh, lass mich... Lass mich raten. Das ist wieder so eine Lücke, wo ich nicht mehr drüber komme, ne? Na, wäre ich vielleicht, aber... Saug doch einfach die Kiste auf. Du, du, du... Na, komm. Das ist schon besser. So, wo geht's zu meinem Diner? Hier ist alles weggesaugt. Wenn ich sie dann jetzt gleich noch mal wieder nicht alle habe, dann machen wir trotzdem erstmal weiter. Und dann, falls ich den Edelstein für die Tore dann nicht habe, machen wir den einfach und dann für das normale Level und dann die Time Trials. Dann machen wir das irgendwann später nochmal. Danke. Kiste wollte auch wieder nicht. Sehr schön. Oh. Hört doch mal auf. Hier mal alle weg. Gott sei Dank. Nicht die Nitros aufsaugen, ne? Wäre nicht so gesund. Lass mich die doch jetzt auch einfach kaputt machen. Nein. Muss ich zwar nicht, aber hey. Hätte ich jetzt trotzdem gerne. Stehendes Gewässer, du füge Heimat. Wupp, 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 wupp. Hört doch mal auf damit. Die habe ich ja sonst keine Kiste verpasst, ne? Sieht nicht so aus. Hoffen wir es einfach mal. Na, man war hier jetzt auch mal nicht zu viel rum, ne? Da oben ist nichts. Okay. Okay. ok 401 natürlich wieder keine ahnung mehr wie viel ich eben hatte aber hoffen wir einfach mal dass das alle sind die ich bis dahin haben kann jetzt müsste ich da eh nochmal 4 drauf rechnen weil ich die eine die eine nitro reihe nicht selber zerstört habe in dem dingo bereich aber das ist ja egal sehr gut lassen wir uns doch wieder ganz langsam mit treiben oder so na vielleicht für den kleinen teil hier nicht und jetzt muss ich ja eh springen tai fei crash und wäre schön wenn ich das jetzt schaffen würde weil ich auch noch keinmal gestorben bin da hätten wir das hätten wir das relikt gleichzeitig mit dazu ist ja voll cool und tada diesmal habe ich anscheinend alle gefunden dann war das wirklich wieder so ein problem von den anfangskisten nicht wahr ach sehr schön es ist immer noch keine ahnung wo der verborgen ist aber das ist okay so dann jetzt noch einmal durch die normale variante für drei oder weniger tot und dann endlich time trials wieder so Wenn wir hier auch so gut wie fertig, fehlen halt wieder noch natürlich ein paar Edelsteine, aber das ist dann irgendwann für später. Das ist dann für den Zukunftsjahren. Na komm. Ja, Kisten sind ja jetzt gerade zum Glück egal. Können wir einfach mal hier entspannt mitfahren. Ich wollte sagen, ich sollte auch irgendwann werfen. Ach ja. Ich wollte sagen, warum fährst du jetzt noch nicht? Ich seh nichts. Stehendes Gewässer durftet nach Heimat. Okay, das hat schon noch getroffen. Huch. Sehr schön. Kann ich vielleicht... Nee. Ich wollte gerade sagen, kann ich vielleicht auf die Wand da springen, dass da noch irgendwas ist, aber nein, kann ich nicht. Ich mach mit euch an. Die Maske nehme ich natürlich trotzdem mit, auch wenn ich die Kisten nicht brauche, ne? Genau für Sonnenunsinn. Sehr schön. Verdammt. Ja, zweimal darf ich ja noch, ne? Oh, okay. Ich bin ein Brabslalom um die Kisten herum. Verdammt. Geht's vielleicht doch einen kleinen Ticken langsamer, ne? Wow. Was war das denn? Okay, jetzt muss ich definitiv aufpassen. Dann machen wir jetzt ganz, ganz langsam wieder, ne? Nicht, dass wir noch malen müssen. Du hast dann jetzt auch mal hier die Maske mitgenommen, ne? Wäre das auch schon mal etwas gemütlicher. Ist ja schön. Na gut, dass ich die Maske mitgenommen habe, ne? Okay, wo der verborgen ist, auch immer noch keine Ahnung. Das ist immer noch okay. Time Trial Zeit. Schauen wir mal. Sollte ja auch werden, ne? Wenn ich die normale Version von dem Level hinbekommen habe, dann schaffen wir das jetzt auch noch mal. Warum ist der TNT zwischen den Kisten? Das ist ja auch uncool. Ich glaube, warten ist hier auch nicht der richtige Ansatz, ne? Das hast du doch noch angehalten. Die drei Sekunden Kisten nehmen wir natürlich noch mit. Das war auch knapp. Verdammt. Zu nah. Zu nah. Verdammt. Nicht die... Ah. Ich habe da einfach das TNT fast zerdreht. Sehr gut. Auch schlau. Nicht die... Ach, Dekodal, was machst du denn? Das war doch jetzt auch alles nicht richtig. Das waren alles nicht die richtigen Knöpfe, ne? Nicht so ganz. Das war jetzt nicht die richtigen Knöpfe. Müssen wir gar nicht auf das Boot warten. Ja. Ich wollte nicht hovern, aber okay. Machen wir trotzdem erstmal weiter, ne? Alle Damage boosten kann ich auch noch. Ich behalte die Masken ja eh wieder nicht, ne? Kann ich durch die letzten beiden Nitrowände einfach durchrennen. Ich hab die... Ich hab die Nitrowand nicht berührt, ne? Das ist natürlich unklug. Ich wollte sagen, ich kann ja ruhig weitermachen, ne? Aber ich sollte natürlich auch alles zerstören, was... für das Ding, was ich brauche, im Weg ist, ne? Das wäre schlau. Nochmal. Die drei Zeitkisten, da möchte ich aber schon noch mitnehmen. Also nochmal von vorn. Und sich die Nitros ja auch nicht mal zerstören. Dann ist das natürlich noch praktischer. Können wir einfach... Oh, das war... Das war unschön. Ich kann natürlich dann... Oh, wow. Ich muss gerade sagen, ich kann am Ende natürlich auch nur Damage boosten, wenn ich bis dahin die Masken auch behalte, ne? Ansonsten wird das doch schwierig. Ich muss die eine Maske überhaupt erstmal wieder einsammeln, ne? Einer ist auch noch okay. Ach. Oh mein Gott, Spiel, please. Was mache ich hier eigentlich? Okay, dann doch kein Damage boost für mich jetzt. Ist auch okay. Ich habe die Wand nicht getroffen. Ah. So ein Unsinn. Ich bin's, ich bin fast. Okay. Ich bin's, ich bin's. Ja genau so will ich das sehen Spiel, danke Oh das war ein bisschen knapp Sehr schön Schon besser Oh mein Gott ich bin so doof Das war wieder unnötig Im Moment muss ich doch warten Bis das ein kleines Stück losgefahren ist Oh? Oh? Oh 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 Weg mit euch Oh 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 Wieder zu weit mitgelaufen erst. Okay, das war jetzt uncool. Und das war von mir uncool. Der eine kann mich doch nicht einfach abschießen, Mann. Also offensichtlich kann er das schon, aber ich finde das nicht in Ordnung. Schaffe ich das von hier aus eigentlich zu den Kisten hin? Wahrscheinlich nicht. Nee, nicht mal ansatzweise. Ein Versuch war es wert. Wenn wir hier schon, dass wir noch mehrmals versuchen müssen, ne? Ach. Warum fliegt der eine Käfer da hinten in die Kisten eigentlich manchmal rein und manchmal nicht? Das habe ich auch noch nicht so ganz raus. Na dann halt so. Das geht auch. Ich bin so doof. Ich muss aufhören, mich da einfach so aus Spaß rumzudrehen. Na, eine Maske geht auch noch. Warte. Ich habe die andere gar nicht bekommen. Haha. Das ist natürlich noch bescheidener. Huch. Huch. Jetzt sind die Kisten da schon wieder weg. Ah. Mach doch genau das. Mach doch das, was du machen sollst. Oh, jetzt nicht noch mal ins Wasser fallen oder so. Sehr gut. Wollte diesmal an die TNT-Wand denken, ne? Damit das Boot jetzt gleich weiter rumschwimmen kann. So. Hier gehen wir da durch, bekommen eh ne neue Maske. Jetzt nicht um zu viele Zeitkisten rumrum Slalom fahren, ja? Das wäre sehr schön. Oh. Und das ist? Oh, hätte ich mehr von den Zeitkisten erwischt, ne? Oh. Okay, aber das ist okay. Deswegen machen wir das jetzt nicht noch mal. Aber wissen wir, das Level wäre auch relativ. Einfach die Zeit dafür zu holen, ne? Das sollte ich, wenn ich das ein anderes Mal noch mal irgendwann machen sollte, doch auch recht einfach hinbekommen, ne? Ja, genau. Die versteckten Edelsteine, die können erstmal noch versteckt bleiben. Gehen wir weiter. Eingeschneut. Hm, dann haben wir erst die normale Variante wieder. Fehlt mir noch das Tape. Und die Edelsteine für Kisten und wenige Tote. Wie wär's mit null Toten dann jetzt und allen Kisten? Das war das... Wahnsinnig perfekte Relikt direkt auch wieder mitnehmen. Ich hätt' da nichts gegen. Ich fänd' das gut. Ich fänd' das gut. Und Eisphysik haben wir jetzt hier dann auch wieder, ja. Natürlich. Könnt ihr auch direkt wieder wegbleiben. Ach, verdammt. Okay, null Tote haben wir schon mal nicht. No, komm. Weg mit euch. Mit allen von euch, bitte. Danke. Na, das reicht noch nicht. Verdammt. Komm ich da so noch dran. Oh, uncool. Dann nochmal von vorne. Okay, das sollte noch gehen. Oh. Okay. Machen die, dass ich da dann Bauchplatscher machen kann. Davon hab' ich. Aber jetzt noch nichts. Oh. Machen wir das so. Dann nehmen wir euch mit. Okay. Bonus-Level auch erfolgreich ausgeräumt. Ist natürlich noch weiterhin der Rest von dem Level, ne? Oh. Mwahaha. Zu früh. Hier auf das Dach kann ich nicht. Die Stelle da jetzt gerade wär' auch noch schön, denn die da öfter runterfallen würden, falls man einen Cycle verpasst, dass man nicht so lange warten muss, ne? Wär auch noch sehr angenehm. Hallo, versteckter Edelstein, den wir schon haben. War hier hinten noch was? Da ist tatsächlich noch ne Kiste. Eine einzelne. Wow. Das ist ja schon dreist. Okay. Ist auch ein bisschen knapp. Okay. Ich sollte vielleicht eher schauen, ob ich rausspringen kann, aber hat ja doch funktioniert. Lass das. Oh. Das sollte ich auch noch wieder irgendwie anders machen, ne? Wobei, das geht schon. Okay. Okay, warten wir noch ein Cycle. Nee, da ist doch nichts. Ich hab' den Namen von dieser Maske auch schon wieder vergessen. Namen sind furchtbar. Oh, die hätte ich auch noch gerne. Dann war auch wieder ganz brav eine einzelne Kiste. Oh. Oh. da warten wir lieber wir haben es ja noch nicht eilig ich glaube die kisten im wasserfall weiß ich nicht ob ich die damals zerstört habe als ich das erste mal hier durchgegangen bin aber jetzt sind sie mir aufgefallen das ist das worauf es ankommt schauen wir mal zwei ja sehr gut haben wir diesmal alle ich bin nur einmal gestorben doch schade machen war erst die time trials bevor wir in die invertierte variante gehen würde ich sagen hoffentlich ist der filter hier in dieser welt ein schöner weil wir hier doch sechs level haben wäre dann sehr angenehm wenn das passt er hat gesagt ich wollte sagen warum bin ich jetzt noch mal in das level hier zurück ich bin mal wieder sehr gut mit eisphysik von der kiste abgeprallt sehr schön ja er hat das richtig gemacht sehr gut ich war noch über der lücke ok deswegen auch platte habe ich war hier Fuck Oh Das war auch nicht der richtige Plan Einfach reingelaufen, sehr gut Auch nicht ganz richtig Und das auch nicht Viel zu viele Cycle Oh Okay, springen wir nicht Das war auch nicht gut Ich mach hier schon am Anfang von dem Level totalen Unsinn, ne? Oh, wirklich Wieder nur eine von den beiden Kisten zerstören Schrecklich ist das hier Oh mein Gott, please Spiel Sei nett zu mir Ja Oh, da ist es zu tief, oder? Oh, doch, noch nicht. Sehr gut. Ich bin auf das Feuer von dem Boot gefallen. Oh, verdammt. Der Versuch war jetzt aber insgesamt schon mal etwas besser, ne? Oh, okay, diesmal hat das nicht funktioniert. Und nochmal nicht, okay. Eben konnte ich da auch rüber rutschen, aber diesmal nicht. Oh, okay. Oh, okay. Okay, ich hab da mal beide Zeitkisten mitgenommen. Sehr gut. Ach, fuck. Blöd an der Kante hängen geblieben. Oh, das war zu früh. Die Zeit wieder normal laufen lassen. Was war das denn? Warum bin ich denn da nicht vernünftig nach vorne gerutscht? Ups. Sterben war einfach schon vor der Uhr. Schon wieder. Warum? Ist doch eben die paar Male davor auch geklappt. Ich wollte die schon noch mitnehmen. Ich wollte die schon noch mitnehmen. Na züge to. Oh, fuck. So, dann bleiben wir jetzt hier mal bitte nicht an der Kante hängen, hab ich gehört. Geht doch. Nehmen wir dich dieses Mal auch mit. Ach, verdammt. Oh, okay. Das war auch fast... Ja, das wäre auch fast wieder schiefgegangen, ne? Ah, verdammt. Warum erwische ich die TNT-Kiste da jetzt? Das war auch nicht ganz richtig. Nee. Das war auch nicht ganz richtig. Nee. Darf ich echt nicht ganz, ganz an den Kisten ranstehen, wenn ich rutschen will. Bleib ich ansonsten hängen, ja. Albern. Sprung nicht weit genug. Ah. Wieso ist mein Doppelsprung erst da unten losgegangen? Das waren aber auch keine richtigen schnellen Slidespins, ne? Aber ich sehe gerade, mein Internet gibt es auch gerade mal wieder so halb den Geist auf. Noch mehr als sowieso schon. Ah, spring doch. Äh, so. So, jetzt aber. Dann mache ich natürlich selber nochmal wieder Unsinn. Natürlich. Ja. Nicht ganz. Alles. 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 Haben wir jetzt. Ah, hör doch mal auf, jetzt an jeder kleinen Kante hängen zu bleiben, Gott. Schrecklich. Es kommt, oh mein Gott, was mache ich denn, für Sachen. Hoch. Oh Gott, jetzt sollte ich auch gerade wieder unverwundbar sein, eigentlich, ne, aber eh auch. Oh Gott. Na, jetzt ist ja auch eh egal, ne? Konnte ich nicht auch hier drüber? Nee. Ich dachte mir, wäre so gewesen. Und hier direkt nochmal eine Unverwundbarkeit dann. Händen wir gleich wieder zwei hier bei. Oh Gott, ich lebe noch. Wie hat sich das Ding da eigentlich jetzt gerade runter bewegt, obwohl ich nicht richtig drauf stand? Ich habe nur die Seite berührt, ne? Wupps. Wupps. Ich stand noch nicht richtig auf dem Boden. Das war auch ein bisschen sehr knapp. Oh. Dieses Spiel, ne? Ah, mach das doch so, wie ich das gerne gerade hätte. Das ist ja grausam. Okay, alles noch gut. Der Geist ist noch viel zu da an mir dran, dass er auch grausam ist. Ich habe die Zeitkiste nicht erwischt. Wow. Okay. 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 Dann direkt nochmal. ich kann da so nicht hoch springen wo auch 33 und was ist es gold noch verdammt also müssen wir noch mal ran und noch mal ein bisschen besser das wird schon noch so weit weg waren wir davon ja jetzt auch nicht das ist schon mal nicht richtig nee was mit meinen slidespins jetzt ah verdammt jetzt einmal bis zum ende geschafft jetzt kann ich den anfang nicht mehr pass auf jeden fall bekomme ich gerade meine slidespins nicht mehr richtig hin da auch wo will ich denn hin was war das oh der benutzt wahrscheinlich einfach früh benutzen damit man da dann noch lang kommt war sag mal macht das doch jetzt mal wieder richtig ich bin jetzt gerade am anfang nicht mehr fähig meine slidespins richtig hintereinander zu setzen ach ja doch das funktioniert ja doch das gar keine so doof wie sie ist und deswegen macht das relikt das ja auch ne ich bekomme jetzt gerade echtes tempo nicht mehr hin die meiste zeit warum auch immer das war jetzt wieder vom tempo richtig ach das ist immer ein bisschen zu hoch da ne um direkt weiter zu machen jetzt bin ich an der kiste hängen geblieben woops äh Ja, das war überhaupt nicht richtig. Wow. Okay, da können wir es auch machen. Oh Gott, ich bin nicht auf den Gegner gesprungen, dann war ich überfordert. Oh Gott. Okay. 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 Das war's. Ich hatte das Gefühl, ich hätte jetzt gerade Schaden nehmen sollen, aber hab ich nicht. Sehr schön drumrum gesprungen. Fuck. Na, dann schauen wir doch nochmal weiter, ne? Das war mit einer Maske weniger, aber das passt schon. Whoops. Nope. Das war nicht weit genug nach links. Das war ja auch schon wieder alles albern. Was mache ich denn jetzt schon wieder anders? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß, wie das Timing dafür ist, aber irgendwie auch nicht, ne? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh? Okay. Oh, fast. Oh. Okay. Haben wir die Kiste nicht berührt? Oder zumindest nicht angedreht. Schon wieder nicht. Habe ich mich gar nicht mehr gedreht, ne? Ach, verdammt, ich habe die Kiste kaputt gedreht. Oh. 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 ab zu spät die maske benutzt wer bis an die kiste dran gelaufen ah verdammt ah der sprung ist immer noch nicht hoch genug ah fuck ja ja auch sehr schön an der einen Sekundenkiste vorbeigesprungen die 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Aber wenn ich das jetzt deswegen nicht schaffe, ne, wegen der zwei Sekunden da, wäre ich auch traurig. Und wegen noch einer anderen Kiste, ne? Okay, reicht. Oh, guck mal. Kann ich so weit von der Developerzeit weg? Auch nur noch ein paar Sekunden. Das hätte jetzt gereicht, wenn ich die vier Sekunden noch eingesammelt hätte, ne? Naja. So. Dann jetzt noch die invertierte Variante, ne? Schauen wir mal, wie das so aussieht. Und wenn ich das hier schon sehe, dann sieht das schon grausam aus. Ach. Warum? Oh ja, das ist ja... Oh. Kannst mir doch nicht sagen, dass die Def sich gedacht haben, das sieht gut aus, oder? Oh, das ist so Comic-Buch-mäßig gedacht. Ja, wow. Äh, naja. Einfach nein. Nein. Warum? Diese, diese Dinger, die da auftauchen, wenn ich Sachen kaputt mache, das ist ja noch ganz niedlich, ne? Aber der Effekt allgemein ist halt... Äh. Sowas sieht halt nur wirklich gut aus, wenn du es mit Absicht machst. Und nicht, wenn du es einfach nur als Filter irgendwo drüber legst, ne? Über sich ein bewegendes Bild. Zumindest sehe ich da so. Ich finde zumindest nicht, dass das hier besonders gut mal wieder aussieht. Ich finde, dass das hier besonders gut ist, dass das hier besonders gut ist. Okay. Sterben wir einfach nicht und so und holen uns die ganzen Kisten. Dann brauchen wir es ja nicht nochmal dem Level hier machen. Nevermind. Okay, wir haben ja noch zwei Tode frei, ne? Na los. Sehr schön. Sehr gut. Fahren wir hier eben wieder ein Stück mit, weil hier war ja noch eine einzelne Kiste, ne? Ist halt dieser, äh, die Soundeffekte und wie die Farben verändert sind, das wäre ja wahrscheinlich noch alles voll in Ordnung. Aber halt dieser Filter zusätzlich da drüber ist halt doch eher unschön. Naja. Da, guck mal, da ist der invertierte, versteckte Edelstein. Haben sie den ja also doch einfach mit hier reingepackt. Sehr schön. Da, guck mal, da ist er, äh, 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 Oh, das war unklug. Das war nicht richtig. Hier hinten war auch noch eine, ne? Ja, sogar eine... Mit so einer großen Beere. Das war nicht. Oh, was. Erschreckt mich doch nicht, Spiel. Okay. Dann haben wir hier auch alles, ne? Niedelsteinen. Sehr gut. Naja, ich bleib dabei. Der Filter gefällt mir auch nicht. Ah ja, genau. Ne, warte. Das Tape von dem Level haben wir jetzt noch. Das Level davon. Oh, 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 oh. Warte. Habe ich das nicht eben eingesammelt? Bin ich jetzt doof? Ha? Ich bin verwirrt. Dann halt nochmal dadurch für das Tape. Ich dachte, ich hätte das gehabt. Habe ich mir eingebildet, ne? Whoops. Okay. ich will es jetzt gerade spontan nicht mal mehr wo das gewesen ist um ehrlich zu sein das auch noch ach da was habe ich doch eben eingesammelt oder nicht ich jetzt voll doof im kopf es war auch wieder gerade so noch durchgequetscht na ja verdammt das tape haben wir jetzt noch muss ich das gerade so unnötig knapp machen sehr grausam na guck mal da kann ich sogar einfach rüber skippen sehr gut das war auch sehr interessant gerettet ich bin ja ich konnte wahrscheinlich eben nicht hochspringen weil ich gegen die metallstange von von dem wagen dingen gegen gesprungen bin da das ist wahrscheinlich eben passiert gehe ich mal von aus der skin ist ja auch ganz nett da ist schön in der winterjacke und hier haben wir auch noch dich sehr gut so jetzt können wir das tape machen countdown kisten intro also tnts tun wir das und sagen an den ersten kisten erkenne ich den counten aber doch ein bisschen schwierig na genau Das war's. Sehr gut. Oh. So knapp da an den Kisten dran. Ich hätte einfach nach rechts gehen sollen. Ja, 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 ja. Oh, ich bin auf der Kiste gelandet. Also ein bisschen schmerzhaft. No. Okay, jetzt habe ich rumgealbert und nicht richtig auf den Countdown geachtet. Habe ich gerade die Nitros kaputt gedreht? Wow. So ist ja auch nicht richtig, ne? Jetzt machen wir hier noch einen simulierten Autoscroller mit, ja. Sehr gut. Oh. Ah, ich habe springen festgehalten und werde immer noch kein Checkpoint. Oh. Woops. 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 1, 2, 3, 4, TNT, Bauchplätze, dann hier warten, dass ich die Kiste einsammeln kann. Oh. Das ist ja schön. Äh. Das ist jetzt ein bisschen doof. Warte, das geht immer noch, ne? Das ist jetzt ein bisschen doof. Das schaffen wir auch noch, ne? Na, vielleicht doch nicht. Ich wollte sagen, die ganz untere Kiste wollte ich eigentlich nicht kaputt machen. Okay. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay. 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 345 und dann noch mal das beste wäre so erwarten wir dass ich die kiste wieder aktivieren können das problem ist muss ich noch länger warten weil da noch mehr kisten hinter sind oder nicht hoffen wir einfach mal dass es passt sieht so aus von die warte da ist noch eine hier haben wir aber den check euch die überhaupt eigentlich nicht ne wär ich auch für wenn er das nicht mehr muss verdammt machen wir das doch so das geht schneller ich bin da ah ok hallo so funktioniert tnt aber eigentlich nicht warum konnte ich die end von oben nicht aktivieren ist aber auch nicht richtig na ok warten wir noch nochmal einmal ab mehr von dem unsinn wie einfach fast die hälfte der kisten nitro sind wow ah dann haben wir das auch auf platin geschaffen dann können wir auf ins nächste level und das wäre schiff happens immer noch wunderschöner name na aber jetzt habe ich bin ich noch mit coco da drin das war aber auch nicht so geplant dann spielen wir mal random ein level mit coco oder halt erstmal halt mit cortex natürlich das wird wahrscheinlich auch interessant mit ihm seinem gedäsche das war nicht richtig nach nein hatte ich hier schon alle kisten nein 4 5 zurück das war dumm ich habe es aber überlebt also war es ja vielleicht das war noch jetzt komme ich wieder mit den beiden knöpfen durcheinander ich zieh da schon ich zieh da schon wo ist die auslöser kiste dafür hier drüben irgendwo oder da mein schlaues spreadsheet sagt ich habe sehen hier noch gar nicht echt nicht das wundert mich ja doch nie kein beutel dachseintopf das schmeckt doch gar nicht da lang nicht so aber schon ja das tnt das nitro ist hochgesprungen herrlich dieses spiel wie weit kann ich hier zurück komm ich was dafür ich muss da was für bekommen na das wäre sonst voll gemein das war schon mal nicht schnell das muss ich jetzt ausprobieren weiter das habe ich das letzte mal bestimmt nicht ausprobiert na gut wegen den toten müssen was jetzt eh nochmal machen dann können wir das auch weiter versuchen hoch das war auch ein bisschen sehr knapp oh god oh 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 ich bekomme dafür echt nichts wow wow das ist ja dreist dass sie mich dann noch zurückgehen lassen ohne mir dafür irgendwas zu geben nee, bin ich nicht mit einverstanden das ist nicht okay das ist ja ist da noch mehr? nein, okay die Auslöserkiste müsste hier sein naja dann lass uns doch noch mal ein Stück wegfahren sehr gut das war nicht so ganz, wie ich das geplant habe nee jetzt muss ich nochmal einen Moment warten oder wir springen einfach fast drauf das geht auch ich mache mir ja manche, der sprünge jetzt aber auch wieder unnötig komplex das ist ja oh Gott Das war auch ein bisschen knapp. So, 100 Kisten noch. Die finden wir auch noch. Da haben wir schon mal zwei. Beziehungsweise halt jetzt noch eine. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Böse. Das war auch ein bisschen knapp, ne? Ein bisschen. Aber warten wir mal eben hier noch. Ah, jetzt muss ich eh hier noch länger abwarten wegen Cycle. Ich will erst hier rüber. Ach, ja. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob das alle gewesen sind. Nope, da fehlen immer noch vier. Warum ist das... Kommen wir hier am Ende daraus, wo das Level anfängt? Interessant. Interessant. Äh... So. Ne, eigentlich nicht so. Ich werde doch erst den Timetrial machen und dann... Guck mal, erst will ich nochmal nach Kisten suchen. Dann machen wir das wieder mit Crash. Wo haben wir da noch vier Kisten verpasst? Hm. Die Bandicoots kommen. Ich muss zum Ort. Hier oben noch weit. Sieht nicht so aus. Hier kommen wir nur hier hin. Das heißt, untenrum ist schon richtig. Das könnte ich wahrscheinlich trotzdem direkt zu einer Bounce Plattform machen. Oh, no. Oh. Verdammt. Ich habe das Gefühl, dass wir den wenig Toten machen, weil dann jetzt in einem Zug auch nicht mit zusammen war. Wenn ich so weitermache. Ja. Kann ich hier nicht? Ja. Machen wir es uns doch nicht so schwierig, ne? Da drüben ist auch nichts mehr. Okay. Kaboom. Haben wir ja jetzt gelernt hinter mir ist nichts. Oh, ich hab... Hab ich die vier hinter dem Wasserfall wieder vergessen? Ich habe das sehr starkes Gefühl, dass das die vier sind, die ich wieder vergessen habe, weil ich schlau bin. Wenn die jetzt natürlich auch wieder hier sind. Das ist natürlich vorausgesetzt. Stopp. Und da ist mein vierter Tod. Verdammt. Dann nehmen wir direkt noch einen mit. Ich wollte sagen, da sollte ich vielleicht nicht stehen bleiben. Nicht gesund. Und. 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 . Dann haben wir jetzt. Hm, Matsch. Ich sollte die Kiste auch... Okay. Hat das TNT jetzt gemacht, aber ich wollte gerade sagen, ich sollte die vielleicht auch aktivieren, ne? Ist das Spiel echt so nett und zählt dann so schon mit, wenn ich das mache, weil die fünf Kisten von dem TNT-Ding, das hatte ich ja eigentlich noch nicht. Oh? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hier lang ist richtig, ja. Oder halt, dass ich vernünftig hier rüberkomme. Ah, genau, die vier Kisten, meine ich. Ah, ich verstehe. Ja, dann willkommen zurück, auf jeden Fall. Hier jetzt noch eine Maske zu haben, ist auch ein bisschen spät, ne? Genau, Ra's aus Versehen ziel, ohne den Edelstein einzusammeln, das wäre auch wunderschön gewesen. Haben wir jetzt wieder einen anderen Skin, jetzt bin ich nicht mehr so bunt, seitdem du, seitdem du den Skin eben gesehen hast. Die Bandicoots kommen. Ich muss zum Ort. Oh, er muss zum Ort. Äh, das war nicht richtig. Ah, das geht noch. Weil das funktioniert so nicht. Das war auch nicht richtig, ne? Okay. Oh. Oh. Am kalten Winterabend, auf dem Herdegaren, der Beutel Dachseintopf. Ja, mit seinem Beutel Dachseintopf immer noch, ne? Schrecklich. Eben auch was ganz fieses, ne? Hier, das ist ja eine Alternative von einem anderen Level. Und ich kann hier theoretisch zum Anfang des normalen Levels zurück, aber ich bekomme nicht mal was dafür. Das ist voll dreif. Warum darf ich da eigentlich jemanden? Oh Gott. Lass mich da lang, wo ich hin möchte. Oh. Okay, das ist noch voll in Ordnung. Oh. So. ihr weg. Ihr aus dem Weg. Oh Gott. Ich spring doch richtig. Ich muss... Das ist halt echt schon dreist, dass ich hier noch nicht hochspringen darf. Und erst hier. Dann haben wir schon mal wieder alle Edelsteine von hier. Dann Time Trial. Na, los. Hatten wir jetzt schon mindestens zwei Updates, seitdem ich das Spiel habe. Und das dauert hier immer noch lange. Wir brauchen immer noch ein Ladescreen. Die Bandicoots kommen. Ich muss zum Ort. Oh. Gott sei Dank. Ich will nicht in die Kiste reindaschen, damit ich die zwei Sekunden Kiste auch noch bekomme. Oh. 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 Verdammt. Okay, jetzt habe ich es mir versaut. Uups. Ja. Okay, das war auch wieder alles falsch. Nicht richtig. schon besser. Oh. Das war auch falsch. Das war nicht weit genug. Ja, das ist immer noch nicht richtig. Das ist nicht mal eine Zeitkiste da oben. Okay. Warte, könnte ich... Könnte ich abkürzen, wenn ich auf die eine drei Sekunden Kiste da drauf springe? Wahrscheinlich, ne? Ist ja auch ein bisschen sehr langsam. Nicht genug gedreht. Ah, so ist sogar noch besser. Das war falsch. Aber das ist okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Oh. Das war noch zu hoch. Hm. Oh, was war das? Ich hab schon wieder vergessen, was ich gerade gemacht hab. Auf jeden Fall nicht das. Ach genau, ich hab das Ding verwandelt und bin dann drüber gedasht. Ja, 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 ja. Wenn ich schnell genug bin, kann ich auch drunter herdaschen, ohne dass ich den erst verwandeln muss, ne? Lass mich mal kurz was ausprobieren. Okay, wenn ich vorher noch nicht gesprungen bin, dann kann ich aus meinem Dash rausspringen. Interessant. Nicht weit genug. Ich vergesse immer wieder, den Vogel noch zu verwandeln. Wenn ich dran denke, ist es immer schon zu spät. Warum kann der nicht einfach verwandelt bleiben? Jetzt bin ich noch von der Kante runtergerutscht. Sehr schön. Genau wie geplant. Genau. Jetzt bin ich vorne runtergelaufen. Jetzt haben wir die Möglichkeiten aber alle durch noch. Na, wenn ich's richtig mache, könnte das sogar wirklich klappen, ne? Oh, ich kann da hochdurch Damage boosten. Ich verliere die Maske eh, ne? Hm. 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 Ich hab die Eisscholle nicht getroffen. Ah. Verdammt. Nochmal. Oh. Da gibt's bestimmt auch noch ne bessere Strat für die Stelle, ne? Ah. Ich bin drüber geflogen. Sehr gut. So. Oh. 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 Fuck. Aber vielleicht müsste ich sogar nicht mal Damage boosten. Wobei es ja an sich egal ist, weil ich brauche die Maske ja eh nicht mehr dann. Zu früh? Zu früh. Fuck. Jetzt musst du dann halt doch der normale Weg da hoch. Oh. Okay. Alles gut gegangen. Ich lebe noch. Ich kriege keine drei Sekunden für mich anscheinend. Und ich bin nicht gelandet. Ah. So viel Unsinn. Oh. 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 sehr schön und sagen oh die will ich aber da oben haben sehr schön ich muss springen schon festhalten bisschen über die kantine ausgeschossen auch kommen sehr gut machen wir das einfach noch mal gut und dann ist auch egal Mist mehr Mist Oh Oh, sehr gut. Machen wir einfach alles kaputt. Und selbst eingeschlossen. Schon besser. Und boom. Das war auch ein bisschen knapp. Fuck. Ah, das war auch sehr bescheiden. Ich muss schon vollen Sprung machen. Genau. Oh. Wenn ich es richtig mache, brauchen wir die Maske ja eh nicht mehr, ne? Oh, dann passt das schon. Sehr gut. Oh mein Gott. Komm schon. Danke. Ich will die Zeitkisten nicht selber zerstören. Oh, verdammt. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Das ist okay. Das auch. Dass ich einfach auf die Kiste draufgelaufen bin, war eher unschön. Aber wir haben... Platin. Sehr gut. Es war ein bisschen weiter diesmal wieder von der Developer-Zeit weg, aber das ist ja egal. Platin reicht. So, dann noch die invertierte Variante von dem Level, ne? Yeah. Wieder mit diesem schönen Filter da drüber. Na los. Lass es uns machen, dass wir das auch wieder hinter uns haben. Ach ja, stimmt. Jetzt nach links. Oh, falscher Knopf. Lass uns das direkt nochmal neu laden, wegen den Toten. Das muss ja vor dem ersten Checkpoint wieder nicht sein. Die Bandicoots kommen. Ich muss zum Arzt. schon besser der Sprung des Sound ist auch ganz niedlich wie ich meinte ja schon die Farben und die Effekte die sind ja ganz nett, aber der Filter ganz über dem ganzen Screen ist herrst du hier noch weg du weg und weiter oh ist auch ein bisschen knapp und da sind wir wieder hier oh sehr schön so war das jetzt nicht geplant sagen ich muss noch wieder hier rüber aber dann doch auf der sicheren Eisscholle die nichts zerbricht okay okay alles gut gegangen nichts passiert wäm uh das war knapp das war nicht richtig komme ich da noch dran ja ich glaube da war sonst keine drüber oder ich bin mir gerade nicht sicher da werden wir am Ende ja sehen das war zu früh und das war sehr dumm ja das Problem an dem Filter ist halt nicht so das Aussehen an sich sondern halt genau dass der halt da drüber liegt und sich alles drunter bewegt dass wenn der fest auf den Sachen drauf wäre und sich mitbewegen würde dann sehe das wahrscheinlich schon wieder um einiges besser aus weil diesen Effekt hast du ja normalerweise ist ja soll ja so auf Comicbücher wahrscheinlich angespielt sein wo du das dann manchmal auch für Hintergründen hast da sieht das halt gut aus weil sich das halt nicht bewegt und auch weil das auch gedacht war dass das dahin gehört ne und hier liegt es halt einfach über allem das ist halt mit vielen dieser Screen-Effekten das ist halt das liegt legt man da drauf und es ist dann da und ist es low effort draufgepackt also sieht es halt auch so aus was halt schon wieder irgendwo schade ist ne das ist ich es ist immer schwer sich vorzustellen dass die dass die Debs sich gedacht haben dass das toll ist weil es ist halt nicht so schön das ist halt nicht so schön das ist halt nicht so schön das ist halt nicht so schön Aber ich will mich bewegen. Ich muss doch irgendwie ins Ziel kommen. So, jetzt sehen wir mal, ob ich da eben, was ich meinte, eine Kiste verpasst habe. Nein, habe ich nicht. Sehr gut. Und alle bis auf den verborgenen Edelsteine haben wir auch. Machen wir weiter. Weil ich glaube, jetzt gerade passt das ganz gut, wenn ich dann für heute das denn sein lasse. Ist ja doch auch schon wieder über fünf Stunden jetzt und alles. Aber den neuen Skin noch anschauen. Wunderschön. So flauschig sieht das jetzt aber nicht aus. Sehr gut. Haben wir doch wieder ein bisschen geschafft. Wie viele Level waren das jetzt? Ja, sechs. Ist ein bisschen. Auch wenn vier von den Leveln theoretisch noch nicht ganz fertig sind. Fehlen ja in ein paar doch immer noch jeweils ein paar Edelsteinchen. Alter, da wollte ich auch nicht stundenlang nach suchen. Nach entweder den Kisten oder den verborgenen Edelsteinen. Hey, wir haben heute einfach mal aber sieht man hier in der Liste nicht, aber einfach mal zwei Death Relikte geholt. Kann man ja mal machen. Oh ja, und den gelben Edelstein habe ich auch gefunden. Fehlt nur noch eine von den Farbigen. Aber ja, ich würde sagen, für heute haben wir es dann erst mal wieder geschafft. Dann doch erst mal wieder euch allen vielen Dank dafür, dass ihr mit dabei gewesen seid. War wieder sehr schön mit euch. Egal, ob geschrieben oder nur gelörkt. Und ja, ich sehe gerade der Sieg, der macht gerade einen Reignited Trifecta Run. Oder gerade noch Warm-Up. Können wir mal hingehen. Wie wäre es? Machen wir so. Aber ja, ansonsten würde ich euch allen dann jetzt noch einen wunderschönen Abend wünschen. Eine gute Nacht und bis Montag dann. Nio. Bis dann und Tüdelü. 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 Vielen Dank.